Drei Knobiköfis sind am Start, eine dicke fette Gundel, Stint ist mit am Start, ein großer und ein kleinerer. Unsere Haken sind wie beim Zanderangeln, beim Einstechen, schön weit oben bleibe und dann gehen wir runter. So, so, und hier ziehen wir jetzt den Haken durch. So, guck mal, naja, das ist ein bisschen weit hinten, ne? Weißt du was, weißt du was, Leute, der zieht doch, der ist dran, Leute, wir haben Fisch, wir haben Fisch. Fisch, das zieht, das zieht, Alter, das könnte eine Quappe sein, Leute, der zieht wieder, der zieht wieder, hängt der dran, ne? Ich hau an, ich hau an. Ja, Fisch, was haben wir da, ein Quappo, ja, Mann, ein Quappo, da ist er, uhuhu, geil, Leute, erste Quappo. Da ist die Quappe, Junge, da ist er, Alter, wat ne schöne, wat ne schöne, Leute, da haben wir unsere Quappe, willkommen in der Quappenzeit. Da ist der Quappenzeit. Bis zum nächsten Mal.